Die Frau muss immer Gute halten, wenn sie zu Hause fliehen, hat sie in der Rezeption gebraucht und denkt, ich bin meiner Frau ja auch ein bisschen schock gewesen, wolle ich dir was Gutes tun? Waren wir in so einem liberbaren Geschäft? Wolle ich dir so ein netter Geschäft kaufen? Komm, ich habe einen, der Verkäufer hat ihre Frau schon begrüßen. Das ist also 76. Wie bitte? Das ist ja 76. Das gehört aber, kann doch nicht sein. Ich sage doch, hol mal, und sag ich, 76. Das gehört aber, wie kommt sie denn ab? Ich sage, ich habe zu Hause in 80 auf Ferne, aber wenn ich mir hier noch ein Vorschlag schiebe, und ich denke, ich bin schon frei. Ich guck mal zurück! Ja, so ist hier ein Einkauf, ja meine Freunde, ich bin nicht das hier, ich bin nur noch nicht Euro Children. Du bist ja so einuseinbar und mir schnell, dass ich konsequent? Ich kümmere mich nach F界 ist ein Schocker, Sper auf здесь machen ein Eind thrive. Jetzt kommt ein Vater, nicht mehr Apotheke oder Holländer. Entschuldigen Sie, meine Frau und ich, wir haben acht Kinder. Wir wollen gern mehr. Was kann man denn noch machen? Wir müssen nach dem Thema sein Herz einfach hinter der Zeitung. Tun Sie ein bisschen Schießkummer ein. Rollen Sie die zusammen. Halten Sie ganz kurz und die Hand sehen, bis Sie sehen, wie Sie keine Kinder werden. Sie sehen, wie Sie die Schießkummern kommen. Sie sehen, wie Sie die Schießkummern kommen. Sie sehen, wie Sie die Schießkummern fahren, Sie sind noch woanders. Sie ist nach Deutschland gefahren, in die Apotheke. Sie kommen dann, als Sie die Schulden, die Sie mir als meine Frau durchgehalten haben. Ach, Kinder? Sie sehen, wir wollen gern, wenn wir was gerne mal denn machen. Wir müssen doch ganz einfach leben zum Haus, als wir das noch weiter tun. Lungen? Sie sagen, das ist doch nicht mehr. Sie sehen, wie Sie die Schießkummern kommen. Sie wissen, ich komme nicht aus Rollen. Sie sagen, ich komme aus Rollen. Dann passt auch, er könnte eine Zeitung nehmen. Sie sehen, wie Sie die Schießkummern kommen. Freuen Sie mich zusammen! Halten Sie mich als Ohr, zünden Sie an 10. Sie sehen, wie Sie keine Finger mehr haben. Wir sind die verdammten Mängder in Deutschland sogar. Man muss sehen, was war das Ganze? Der hat nach Hause, nimmt sich eine Zeit. Tut da Schießpulte. Freuen Sie mich zusammen! Hält Sie mich als Ohr, zünden Sie an 10. 1, 2, 3, 4, 5! 2, 4, 5, 6! 7, 8, 9, 10! Voll frickl creina! Sehr gut красив! Los, los! Na, wenn die Frau den jetzt Harts kommt, wenn alles wir gestrichen, gefunden hat. Die Frau, die zum Rasen mit der Doktor, ich bin in meiner Oberweite überhaupt nicht mehr zufrieden, wie in der Nutsch. In der Basteau habe ich das ja nichts Neues. Eine Footballbühne aus Amerika, die zahlt die Kasse auch ganz preiswert, aber die müssten sie jeden Tag nehmen. Bum! Bum! Sechzehn Uhr! Scheißen sie die Tabette ein, machen sie die Hände noch kurz, dann müssen sie sich und wacke, 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 wacke! Sollt ihr mal sehen, wie die wachsen. Die haben aus diesem Tag, Bum! Sechzehn Uhr! Die schmeißen die Tabette ein, hätte noch kurz, wacke, 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 wacke. Sollt ihr mal sehen, wie die Tabette ein, hat noch kurz, wacke, 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 Ich habe mir am Anfang gesehen, ich habe einen Urlaub hier auf unserer Küste gemacht, das war wunderschön. Und wenn man so ein Haus im Urlaub verbringt, dann kann man was erleben. Jetzt springt eine ältere Dame in das Maske und zieht eine Schur. 23 Bahnen in nicht mal 40 Minuten. Ich habe heute bei der Fans auch noch nie das erste Mal gemacht. Ich sage, ich kann es Ihnen ja verraten, ich war in den 50er Jahren bei deutschen Menschen und Russischen. Da springt eine zweite Dame, zieht eine Schur. Über 40 Bahnen in nicht mal 16 Minuten. Ich sage, hörte meine Kataloni, die ihr schon mal gemacht. Ich sage, ich kann es Ihnen ja verraten. Ich war in den 50er Jahren bei Europameister, bei Russischen. Da springt eine dritte Dame und macht da eine Pop. Über 90 Bahnen in nicht mal 8 Minuten. Ich sage, sagen Sie nichts, lass es wirklich machen. Sie waren in den 50er Jahren bei der Weltmeister, bei Russischen. Nee, ich sage, ich war mein ganzes liebe Freund, die Leute in den 50er Jahren bei der Weltmeister in den 50er Jahren bei der Weltmeister. Ich habe immer Hausbesuch gemacht. Aber es war ein wunderschönes Wetter. Ich habe mich schön zu tun, wenn ich mich verzogen habe. Ich habe mich ganz angenehm. Das war ein wunderschönes Wetter. Ich guck zurück zum Ufo, da sitzt daneben, sagt er eine Wunderhübsche. Den hat er auch nix an. Den bekomme ich jetzt zu meiner Zahn. Denkst du, wenn er jetzt nicht einfach rauskippt? Die sieht ja, wenn ich mich freue. Ich bin immer durch das Wasser. Bin ich mit dem Fuß hier in meine Hände zu stoßen. Seht man, ist da nicht getragen? War ein alter Topf. Seht schon sein an. Ich zieh Topf davor. Das war ein Spanier Topf. Ich zieh Topf davor. Seht schon sein Junge dabei. Ich sage mal leust mich. Seht schon, dass wir uns mal kennenlernen. Seht was, lesen Sie denn da? Sie sagen mal eine Velmung, sind wir dann geliefert. Und was denke ich, wenn Sie denken, dass Ihr Kopf eine Bode hat? Ja, Herr Black, ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß von Leiner mit ihm hat. Ich habe mich persönlich sehr freundlich gemacht, dass wir eine Bundesanlage haben. Aber lasst uns mit dem Hohen und Worten schließen. Liebe Freunde, lasst euch sagen, könnt ihr manches nicht ertragen. Und fragt euch, was soll ich machen? Ein Tipp der Erdnuss, wo wir es machen, wieder auf den Abend.